Willkommen, mein Name ist Lutz Reinhardt von Profischnapp.de und ich zeige Ihnen heute diesen Himmola Sessel 7806 S Launcher in Größe Medium, elektrisch mit Fernbedienung in Leder Long Life Brasil. Der Sessel ist natürlich drehbar, er fühlt sich erstmal gut an. Kopfteil musste ich jetzt erstmal verstellen. Es gibt eine Bluetooth Fernbedienung. Hier drücke ich jetzt einige Sekunden drauf, bis es blinkt. Hat schon geblinkt. Fußteil, unterste Taste ist das Fußteil. Die Batterien müsste man hier wieder laden oder setzen, das muss ich noch machen, aber sie gehen noch. Rücken. Oberrücken, alles top. Sehr bequem, macht einen soliden Eindruck. Wirklich ein bisschen ein Nachteil, die Armlehne hört hier auf. Also wenn ich jetzt noch weiter nach hinten gehe, fehlt hier ein Stück. Aber dafür wirkt der Sessel natürlich von der Seite her sehr grazil. Ich muss das mal strecken, das stört mich. So ist es gut. Und das Fußteil reinmachen. Eine echte Männerfernbedienung. Hier kann man ein bisschen rumspielen. Man sitzt auch so sehr bequem. Der Sessel wirkt sehr leicht. Sie sehen hinten den elektrischen Anschluss. Rücken muss ich noch ein bisschen vorholen. Und hier ist die praktische Tasche für die Fernbedienung. Also insoweit passt schon alles. Er ist recht fest gepolstert. Ja. Für mich geht er gerade noch. Für meine Frau ging er auch. Die ist 1,65. Und ich finde, dieser S-Launcher macht einen wirklich gelungenen Eindruck. Kann man sich kaufen. Kostet allerdings, wenn Sie den neu bestellen, so 2,5, 2,6, 2,7 in dieser Ausführung. Also schon eine Menge Geld. Bei uns, Advertising, im Moment bei profischnapp.de, haben wir ein Stück, ein Hausmesse-Stück. Und dieses Stück kostet weniger, als Sie glauben. Schauen Sie mal rein bei profischnapp.de, geben Sie oben rechts bei Suchen 7806 ein. Dann kommt dieser Sessel. Wenn er nicht mehr kommt, ist er schon verkauft. Im Frühjahr 2020 haben wir ihn bekommen und angeboten. Profischnapp.de, online, 24 Stunden am Tag oder live hier in 72186. Empfingen, direkt an der Bodensee-Autobahn, eine halbe Stunde südlich von Stuttgart. Wann lerne ich Sie kennen? Würde mich freuen. Dankeschön. Ihr Lutz Reinhardt von profischnapp.de und Tschüss.